ja servus los geht's so wir den dicken mobs besiegt hier das letzte mal dann ab so chemik schon wieder wind aber wir haben jetzt eine dicke jacke zu spät gedrückt geht das wieder los quick time das gleich am anfang mein gott ich habe eine tasse gedrückt aber natürlich die falsche so probieren wir noch mal na toll aha na 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 oh hat geklappt darf ich mich jetzt erschießen endlich oh zwei pistolen schon gedacht er fällt gar nicht mehr um ja 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 schön Wetter ich sag nicht das war es oder was ich dachte da kommt jetzt noch der fette Endkampf gegen Chimico das war alles da war der Boss der Dicke letztens die Sturmwache der Endgegner wenn ich das gewusst hätte hätte ich das letzte Mal auch noch eingehängt da ist Lara sie hat siem die Sturm die Sturm die Sturm die Sturm die Sturm die Sturm Hier wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Boah. Okay. Ja, das ist eine kurze Folge jetzt, weil... Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es das letzte Mal der Endgegner war. Ich dachte, da kommt noch was. Tja, was soll ich sagen? Ich hatte super viel Spaß mit dem Spiel. Also wie gesagt, das ist jetzt acht Jahre alt. Ich habe es zwar noch keine acht Jahre, aber ich habe es nicht geschafft, bis dahin durchzuspielen. Ja, aber dann danke von mir an dieses ganze Team, wo da beteiligt war. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und nein, ich werde keine Folgen machen mit diesem 100%-Zeug oder so. Da habe ich keine Lust drauf. Ich hatte meinen Spaß beim Durchspielen. Und das reicht mir. Ja, ich lasse das jetzt hier noch durchlaufen. Und dann bedanke ich mich, falls ihr zugeschaut habt. Und schaut gerne bei weiteren Let's Plays rein. Ja, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.